Cheerio meine lieben mit Pharma. Willkommen zurück zu Stardew L.A. Und wie ihr oman Geld seht, es war eine Menge. Es waren tatsächlich 53.000, die wir durch die ganzen Bären und so weiter verdient haben. Die sind reich. So. Draußen regnet es wie Freude. Freude heute. So. Edna, gehen wir campen. Trimpfst mich in den geheimen Wäldern nach 22 Uhr. Liebe Emily. Okay. Ich hoffe, dir gefällt dieses Geschenk. Tschüss. Dankeschön. So. In einer Woche halten wir das Sterntaulauf-Karlsfest ab. Ja, das ist die ganze Zeit. Ach jo. Okay, okay. Ähm. Das. So, wir haben das Öl. Wieder das Trüffelöl. Ich bin gespannt, wie viel uns das bringt. So. Okay. Tappt-tappt-tap, seid ihr schon fertig? Nein, seid ihr doch nicht. So, das andere Öl pack ich mal hier rein. Äh. Ah ne. Das brauchen wir für Dings ja. Für den Bürgermeister. Tappt-tappt-tappt-tappt-tappt-tappt-tappt-tappt-tappt-tappt-tappt-tappt-tappt-tappt-tappt. Unsere Tierchen werden ja versorgt vom automatischen System, außer die Hühnchen. Oh, was war das denn? Ich habe gerade so einen kleinen Hänger gehabt. So, guten Hunger. Dada-dadada-dadadadadada. So, mal hier rüber. Eie. Jetzt gibt mir leider keine Trüffel, weil die müssen dafür draußen sein. So. Gut, jetzt erfahrt man wieder keine Milch. Dankeschön. Dankeschön. Geschenk haben wir alle schon gemacht, ne? Ne, hier. Ach, die sind doch egal. Die beiden müssen wieder, aber können wir erst nächste Woche. So. Bist du fertig? Da sieht man gar nicht, Regen gar nicht. Zack, gut. Ey, hab ich nicht Regen. Aber wieder ein bisschen Weintrauben für unser... für unseren Wein. Also heute um 22 Uhr. Emily treffen. Ich bin aufwendig. Hinter... Also bei einem geheimen Wald, aber im Zauberwald. Gut, wir müssen 16 mal Süßkartoffel kaufen. Oh, boop, boop, boop. Blaubeeren. Gieß ich nachher. So, boop, boop, also beziehungsweise heute Abend. So. Hier haben wir nichts drinne. Gut. Entschuldigung. Natürlich könnten wir jetzt auch mal gucken, dass sie ja... Was ist denn mit dem Holz? Ah, uns fehlen fünf Hartholz. Ach, 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 ach. Eie, eie, eie. Dann ist da natürlich die Milch auch da. Da, da, da. So. Los geht's. Ähm. Ja, weil dann könnten wir jetzt den Pferdestrundungsweise bauen. Aber so müssen wir halt gucken, was wir jetzt erstmal gleich bauen. Guck mal, hier. Request. Am 12. Dienstgeburtstag, ja. Ich hätte gerne Smugs noch mal Kissen legen. Und Penny, die haben wir ja schon voll. Frosch im Hals, sorry. Süßkartoffeln bauen wir 16 Stück. So, Dankeschön. Jetzt gehen wir kurz den Bürgermeister besuchen. Der nicht zu Hause ist. Großartig. Das heißt, wir brauchen wieder mal so Qualitätsware den Namen. In einer Woche. Wies auch nicht. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Ey, der Bürgermeister, ne? Der Bürgermeister. Ich hätte ein dämliches Trückel-Ul dabei, Kollege. Ist er hier? Ne, boah, da war der erst um 12 Uhr. Ist er beim Arzt? Nein. Okay. Den hebe ich, keine Ahnung. Guten Tag. Wir wollen das Letzte bezahlen, hier. Ein Kristall und lege einen Edelstein an der Nervale hinein und er stellt eine Kopie davon. Alles klar. Yay! Dancen! Dance with somebody. Dance with somebody. Dance. Und wenn wir hier fertig sind, kehren wir in die andere Welt zurück. Jetzt fehlt mir nur das schwarze Brett. Also, dafür brauchen wir ein paar Sachen. Dann muss ich mich mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen schlau machen, weil wir die kriegen. So, jetzt gehen wir mal kurz zu Robin hoch. Robin? Good day. Ein Hochgebäude errichten. Jetzt fehlt immer noch der Stoff. Nein, nein, nein. Hier, da brauchen wir Hartholz. Fünf Stück. Alter. Luxus-Hühnerstall. Den erstellen wir jetzt mal. So. Den Luxus-Hühnerstall. Da. Pum. Okay, ich werde morgen am Anfang. Dankeschön. Hi. Ich liebe es einfach, wie die Bäume gerade aussehen. Ich weiß, du magst die auch. Natürlich. Ich wollte sagen, ernsthaft, du gehst raus bei dem Wetter und sonst hat er immer gesagt, so, oh, bei dem Wetter kann ich, kann ich dienste. Das ist das Geld, ja? Äh, so. Er stellt ein Kopie davon. Das heißt, wenn man nur Diamanten hätte, hört man immer noch die ganze Zeit Kopien von den Stellen, oder wie? Das wäre natürlich genial, im Grunde. Das wäre toll. So. Aber dann werden keine Steine mehr und kein Holz mehr. Nein. Ja. Will? So. haben wir irgendwo von ein stein die wir vermerken müssen könnten wollen eigentlich nicht wir könnten ein eisen noch mal machen wir brauchen ja 5 eisen dann können wir gleich mal in den wald wir müssen zwar um 22 wieder noch mal da sein weil wegen emily aber so zuerst kommt das hier dran obwohl ich glaube ich muss jetzt erst einmal weil wenn wir nachher beim links zu halten sind können wir da ein bisschen im wald und bald haben wir so viel geld dass wir nicht mehr wissen wohin damit wenn der nächste monat ist winter im winter wenn die branche nicht kaufen naja ich hätte ja sowieso mal gedacht vielleicht noch mal nie hin zu gehen dann könnte man ja mal gucken wie wir das mit links machen oder vielleicht auch diamanten da wieder finden und so weil viele damen liegen ja die haben wir nur warum dann haben wir mit dem winter wenigstens was zu tun wisst du wir nähern uns ja auch so wie bald in 100 folgen das freut mich ja das freut mich ja dass wir die 500 folgen bald so weil wir müssten auch so wie steine sammeln aus dem genau ich fällig gleich hier liegt sogar noch einer was weiß denn das sogar das qualitätsbesen Ach, Leute. Endtags. So. Mann, zureck. So, 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 so. Dann noch hier. Stimmt. Dann wird der Pferdestein nämlich das nächste sein, das wir bauen. Eine Prismatische Scherbe? Lettf. Ich glaub, die brauchte man irgendwo für. Da werde ich jedenfalls gleich, ähm, nach Dings, nach, 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 nach der Folge hier kurz bei StudyReady. Richtig, richtig cool. Ein bisschen Wald erstmal sicher machen, damit wir hier ja nachher auch schön campen können. Aber die Frage ist, ob du das wirklich beim Regen auch machst. Hopp, 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 hopp. So. Hallo. 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 Mann, Leute. Oh. Huh. So, spät noch auf. Hier ein kühnes Bier. Hm. Puh, sieben. Schau mal. Ich schlug die ganze Zeit außerhalb des Wildschirps. Das will ich gar nicht. Hast du jemals das Gefühl, dass du bei jeglichen Vorhaben einfach nur scheitern wirst? Als würdest du in irgendeiner eigenen Leere so tief feststecken, dass du nie wieder rauskommst, rauskommst, entkommst, entkommen kannst. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, ich habe das Gefühl, ich bin nicht stark genug, um aus diesem Loch zu klettern. Oh Gott. Hey, eine schnelle Trinkerin, hm? Eine Frau ganz nach meinem Herzen. Mach es dir nur nicht zur Gewohnheit. Du hast immer noch eine Zukunft vor dir. Wie ich rot blinke. Meine Leber fleht mich an, aufzuhören. Lassen wir es heute gut sein. Man sieht sich alleine. Wie rot die ganze Zeit blinken. Du schimpfst. Minus ein Prozent Geschwindigkeit. Geil. So, ein paar Steine auch noch mitnehmen hier. Mist. So, es ist nach 22 Uhr. Warte, ich warte noch mal 10 Minuten. So. Nee. Wie ich es mir dachte, das kommt wahrscheinlich wirklich erst, wenn wir... Wenn... Ich drehe mich. Ich frage mich auch nicht, wenn ich in die Maxa-Diode hinkomme. Der kommt, ey. Dann flütteln wir mal schnell nach Hause, ey. Ich hab's mir... Ich hab's mir aber auch schon gedacht, dass das... Äh... Na, seht mal. Das ist eine schöne Überraschung. So. Ja, ich weiß. Wir haben 23 Uhr. Bin ja gleich schon da. Das heißt, wir müssen morgen nochmal... Runter kann hier mehr. Aber naja, ich glaub nicht, dass ich das untergeben werde. Ich hab ja das Gefühl, wir brauchen das... Irgendwas anderes. So. Den packe ich dir jetzt auch hier mit rein. So. Wir haben genug Hartholz. Das freut mich. Damit können wir definitiv uns auch... So. So. Und das ist definitiv auch in den Hühnerstall. Da ich stelle in den Pferdestall jetzt auf. So. So. Dann würde ich sagen, wir schlafen. Ja, Leute. Und ich würde sagen, ich beende die Folge für heute. Beim nächsten Mal schauen wir dann mal, dass wir die... Zeltsequenz mit Emily bekommen. Wer auf jeden Fall bei mir ein paar bewerten könnte, denkt an den Rottenknopf von Study Rally. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.